Hier sehen wir eine Innenkabine, drei Bettinnen und es ist halt schön, er hat halt immer kein Hochbett mit drin dabei, ganz normal, es ist halt schon ein bisschen eng und man sieht halt nichts, das ist halt das Einzigste. Drei, vier, fünf und sechs sind sie gleich und haben 40 Quadratmeter Wohnfläche und 29 Quadratmeter Behandlungsfläche.